Im Zentrum von Schneeberg ist der Frauenmarkt nahe der St. Wolfgangskirche ein markanter Platz. In den kommenden Wochen soll er baulich hinsichtlich Begehbarkeit, Sicherheit und Zweckmäßigkeit den neuen gesetzlichen Vorgaben angepasst werden. So werden beschädigte Granitplatten sowie Treppen und Handläufe instand gesetzt. Pflanzflächen werden verkleinert, Bäume erhalten und das Wangenmauerwerk ergänzt. Die Zwei-Tonnen-Gewölbe werden abgedichtet und die Tore sowie die Elektroverteiler für die Marktnutzung erneuert. Auch die Straßenbeleuchtung wird erweitert, insbesondere auf der Treppe zum Markt. Es folgen die Einfassung der Beete mit Granitborden sowie der Bau einer Straßenentwässerung. Ein neues schmiedeeisernes Geländer wird auf der Mauerkrone angebracht. Die Sitzgelegenheiten aus Naturstein werden durch neue Bänke und weitere Stadtmöbel ersetzt. Das Pflaster im Bereich der Kirchgasse und der oberen Strobelgasse inklusive Kreuzungsbereich wird aufgenommen und verlegt. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung für Fahrzeuge auf der unteren Zobelgasse und teilweise unter halbseitiger Sperrung der Kirchgasse. Der Frauenmarkt wird abschnittsweise gesperrt, wie es für die Bauausführung notwendig sein wird. Ein fußläufiges Erreichen ist jedoch ständig garantiert.